Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Programm von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, von wegen, top. Es geht einfach weiter nach oben. Ein Nachbrenner habe ich das vor ein paar Tagen mal genannt. Und nun tatsächlich hat eine weitere Stufe der Kursrakete gezündet. Im S&P 500 hat der Markt an der Marke von 5100 Punkten nach oben abgedreht. Exakt da, wo Marktteilnehmer das Gamma-Flip-Level vermuteten. Bis dahin gehen die Market Maker immer wieder in den Markt rein und kaufen bei Schwäche und verkaufen bei Stärke. Darunter hätten sie sich in dem Markt quasi trendverstärkend positionieren müssen. Profis sehen die aktuelle Entwicklung skeptisch, realisieren aber, dass der Trend stark und weiterhin intakt ist. Ein neuer Rekord wird von der inversen Zinskurve vermeldet. Seit über 420 Tagen ist die US-Zinskurve invers. Das bedeutet, dass die langlaufenden Zinsen unter den kurzlaufenden notieren. Das heißt, wer länger Geld anlegt, bekommt weniger Zinsen, als wer kurzfristig anlegt. Ein Zeichen für eine abschwächende Wirtschaft. Entscheidend wird der Moment sein, an dem die Zinskurve von ihrer inversen Bahn auf eine Anversion zurückdreht. Das passiert erst, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt. Und dann muss es einen Grund geben, warum die Zinsen gesenkt werden. Dr. Jens Erhardt, der bekannte Fondsmanager aus München, hat sich in seiner Karriere schon sehr früh mit den Zinskurven und deren Auswirkungen auf den Aktienmarkt auseinandergesetzt. Und für ihn ist die Liquidität der Notenbank und das Zinsniveau viel entscheidender als andere makroökonomische Entscheidungsfaktoren. Vereinfacht gesagt, sagt er, wenn die Notenbank anfängt, die Zinsen zu senken, dann geht es an den Aktienmärkten runter. Wenn die inverse Zinskurve auf ihr normalen Niveau zurückkehrt, bauen die Märkte eine Übertreibung ab. Eingetreten ist das alles bisher nicht. In der zurückliegenden Geschichte der Märkte allerdings schon öfters. Kommen wir zum Markt zurück. Der S&P 500 macht sich auf den Weg zur 5200-Punkte-Marke. Dort liegt der Weekly Expected Move. Die erwartete Schwankungsbreite auf Monatsbasis reicht bis 5246. Das sind Werte, die Trader aus den Optionsdaten ziehen und in einer Normalverteilung wird erwartet. In 68% der Fälle bleiben die Kurse in der Spanne. In 98% der Fälle bleibt sie in der zweiten Abweichung. Und diese Marken können nicht als Trading-Marken anerkannt werden. Sie sollen aber uns nur zeigen, ob wir uns tendenziell oben oder unten befinden. Und wir sind eher oben. Im Moment sind wir optionstechnisch im Normalbereich. Es gibt noch Platz nach oben. Und im Vorfeld des am Freitag stattfindenden dreifachen Verfalls wird der Optionsmarkt den Ton angeben. Kommen wir zu den Aktien und einer Story aus der aktuellen Börse online. Der Markt für Übernahmen, M&A-Deals, so schön genannt, ist groß. Und auch wenn die Börsen auf Rekordwerten stehen, sind einige Aktien abgeschlagen und reif für eine Übernahme durch Beteiligungsgesellschaften. Und dabei zeigt sich, dass die Großen die Kleinen schlucken, wenn es sich lohnt und wenn es die Aktionärsstruktur zulässt. Zuletzt hatte Novartis die Finger nach Morphosis ausgesteckt. Der Kurs signalisiert eine Übernahme zu 66,50 Euro. Vielleicht wird es noch einen Aufschlag geben. Allerdings soll es auch einen Exit geben, wenn Morphosis nicht die Zulassung für ein Medikament bekommt. Welche Aktien nun reif sind für eine Übernahme, der kann sich hier mal die Börse online nehmen und reinschauen. Ich habe mal drei Werte rausgepickt, die alle ein Alleinstellungsmerkmal haben in ihrer Peer-Coup, reif für eine Übernahme sind und die Aktionärsstruktur es auch zulässt. Erster Wert ist Puma. Die Aktie läuft schlecht, obwohl es operativ eigentlich besser läuft. Nike und Adidas sind die direkten Konkurrenten. Bewertungstechnisch ist Puma aber deutlich unter den Konkurrenten. Die Marke ist das Asset. Das Wachstum wird wahrscheinlich wieder anziehen und die Sonderaufwendungen aus dem letzten Jahr werden in diesem Jahr nicht mehr ins Gewicht fallen. Es gibt noch einen großen Ankerinvestor, der will verkaufen, allerdings nicht zu dem aktuellen Preis. Und hier könnte es mit einem dicken Aufschlag einer Übernahmeprämie ein Deal geben. Puma ist längst nicht nur ein Sportartikelhersteller. Die Raubkatze ist ein Lifestyle-Produkt, eine Marke und Marken haben ihren Wert. Der zweite Wert ist der französische Impfstoffhersteller Valneva. Im Corona-Hype hat sich die Forschung auf einen Totimpfstoff fokussiert, doch der Erfolg blieb aus. Aktuell gibt es Impfstoffe gegen eine Form der Hirnhartentzündung, gegen Cholera, sowie gegen einen Impfstoff oder einen Impfstoff gegen Chikung-Kunga-Fieber. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Eine Infektionskrankheit, die mit hohem Fieber und Gelenkschmerzen einhergeht. Hier gibt es ein Alleinstellungsmerkmal für den französischen Impfstoffhersteller. Die prophylaktische Impfung ist neu auf den Markt und die von den Mückenstichen ausgelöste Viruskrankheit tritt vor allen Dingen in Afrika und Südasien aus, breitet sich aber auch immer mehr im Norden aus. Und selbst in Europa wurden auch schon Fälle gemeldet. Der Markt könnte bis zu einer halben Milliarde Euro schwer sein. Und mit den Impfstoffen ist die aktuelle Börsenbewertung eigentlich gut abgedeckt. Übernahmefantasie kommt für Börse Online, aber mit einem neuen Impfstoff gegen Boriose, von der Zecke übertragen, der sich nämlich in einer Phase 3 der klinischen Testphase befindet. Boriose ist ein viel größerer Markt und bis zu einer Milliarde Euro wird hier geschätzt. Pfizer hat hier bereits eine Hand auf die Firma und beteiligt sich an den Entwicklungskosten. Die Probandengruppe wurde zuletzt ausgeweitet, ein positives Zeichen. Und Pfizer braucht ein Blockbuster, weil Neva könnte ein Ziel der Übernahme sein. Der Wirkstoff ist in der letzten Phase der klinischen Tests und erreicht dort alle Endpunkte. Und die Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA könnte sogar in diesem Jahr im August erfolgen. Dritter Wert ist HelloFresh. Der Kochboxenhersteller hat einen harten Absturz hinter sich. Die regelmäßigen Gewinnwarnungen machen einen Mürbe. Analysten kappen die Kursziele, geben aber die Hoffnung nicht auf. Barclays hat das Kursziel für HelloFresh nach den gestrichenen Mittelfrist-Zielen von 28 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf Overweight belassen. Die Chance ist da, dass die Erholung langsam nun kommt und sich die Marge erholt. Börse Online zieht einen Vergleich mit den Kennzahlen zum IPO. Damals mit 1,7 Milliarden Euro bewertet, bei unter einer Million Kunden. Der Umsatz lag bei 900 Millionen Euro. Der Gewinn im Minus bei 70 Millionen. Und heute? HelloFresh hat mehr als 3 Millionen Kunden, die im Schnitt 65 Euro pro Order ausgeben, so BO. Und der Umsatz liegt insgesamt bei 7,6 Milliarden. Der Betriebsgewinn bei 450 Millionen. Und das zeigt den krassen Bewertungsunterschied. Für einen Aufkäufer wäre es schnell und günstig, die Plattform zu übernehmen. Mit oder ohne Marke. Positiv? HelloFresh ist Cashflow positiv. Und das könnte sogar den Deal dann in sich finanzieren. Soweit die Idee. Für eine Übernahme im Kurs ist davon nichts zu sehen. Der Börsenwert beträgt 1,3 Milliarden Euro. Das Doppelte wäre angemessen, wäre aber im Chart nur ein kleiner Rücklauf. Die Kurse kommen von viel höher. Wer die ganze Liste der sechs Übernahmekandidaten lesen will, kauft sich einfach die aktuelle Börse online. Ich melde mich am Freitag wieder. Alles Gute und viele Grüße.